Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich halte das keinen Tag mehr aus! Nicht einen Tag länger! Das wird hammermäßig! Schatz, was machst du da? Schnauze halten, das mach ich! Ja, und jetzt geht der Spaß erst los. Fahr vorsichtig, Schatz. Hör auf, mir Vorschriften zu machen! Und natürlich ist heute ein beschissener Feiertag! Unterhalte ich euch nicht? Nein, tanz für uns! Unterhalte ich euch immer noch nicht? Erzähl uns einen Witz! Ein Priester, ein Rabbi und ein Mönch gehen in eine... Was ist ein Rabbi? Okay, beschreiben Sie einfach, was Sie auf diesen Karten sehen. Brüste, Busen, Glocken, Quarktaschen, Hupen, Fleischkissen, Milchspender, Dinger, Melon, Garzongas, Atomtitten, Ballons, Behafenungen, umherwippende Baby-Andockstationen, zwei Munde, Traktorstrahl... Nr-Nam-Nam-Nam, Nr-Nam-Nam-Nam... Nr-Nam-Nam-Nam-Nam-Nam... Nennen Sie uns Ihre Forderungen und wir beenden das! Es gibt keinerlei Grund, den Babys was zu tun! Ich will doch nur, dass mir jemand sagt, wie lieb er mich hat! D-Denken, Horen-Hen-Hen-Hen, wie... Homosexuell-Hen-Hen, wie... Gottlieb hat, das ist deine Schuld. Papa, warum hast du mich nicht lieb? Veringula, die schlechte Verbindung ist pure Absicht und Sie können einen Scheißdreck dagegen tun. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Wow, das ist der Mustang, den ich immer haben wollte. Wow, Papa, ich kann kaum glauben, dass du... Hey, Papa, was soll das denn bitte? Warte, das ist meine Karre, deine steht da drüben. Ah, oh. Ich habe gerade ein Geschäft abgeschlossen, welches mir das Imperium auf ewig vom Leib halten wird. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Könnte ich noch etwas Wasser haben? Was? Nichts. Ich wollte nur noch etwas Wasser. Und wie geht's uns denn so? Lea, wie ist die Suppe? Schon mal so eine gute Suppe gegessen? Ja, auf Alderan. Hey, Prinzessin, lass den alten Kram doch mal gut sein. Oh Gott, nein, wir sind ein friedlicher Planet. Feuern Sie, wenn alles bereit ist. Weiß jemand, ähm... Weiß jemand einen Witz? Ich hab einen. Wer hat zwei Daumen und hat seinen besten Freund betrogen? Dieser Kerl! Hahaha! Äh, zu frisch? Also dann, ich hab mich prächtig amüsiert, aber... Ich muss noch jede Menge foltern. Babu, Babu, Detteladito, Abu! MeBen, FINיס du ashst den Kram einfach. Ich bin ein Kooper. Ich knappierte mich, bis jetzt he. Ich danke dir, kurz beveragesbuchstab. Nein, jueg. Über UCFIS Marketing. Bis zum nächsten Mal. Un f feederer Ț� 씁 Actual. Das schrecklich gibt uns für mein. Hur.